Hallo Freunde von Stoff4U, euer Zwirni mal wieder mit den glücklichen Gewinnern des Stoffe-Blogs. Ein 25 Euro Gutschein geht an unsere treue Kundin Ann-Kathrin, die mal wieder eine absolut umwerfende Tunika aus unserem Butterfly-Jersey gezaubert hat. Ihre Tochter war bestimmt begeistert. Und wenn ihr das nachnähen wollt, schaut direkt in den Fotoblog, da findet ihr eine genaue Anleitung. Der 50 Euro Gutschein geht an Carmen, die bereits für die Campingzeit vorgesorgt hat. Unser Camping-Dekostoff bringt das passende sommerliche Flair auf die vielen Accessoires und Deko-Elemente. Und ein 100 Euro Stoff4U Gutschein geht in die Lüneburger Heide. Hier wurden aus dem Dekostoff in Leinenoptik Lavendelgarten, wundervolle Sitzkissen und Mini-Hussen gezaubert. Das Lavendularium unserer Kundin wurde so genau passend aufgepeppt. Und jetzt seid ihr dran. Schickt uns Bilder eurer Kreationen aus unseren Stoffen. Jeder veröffentlichte Beitrag wird belohnt und ihr erhaltet ebenfalls die Chance auf einen der drei Monatsgewinne. Bis zum nächsten Mal, euer Zwirni.